ein immer schön sterben und wieder heilen oder kommt im ex der kommt im ex tot naja ich hole mir jetzt mal meine max ne und ich bin gegen den reaver geknallt echt nicht fast alter und jetzt bin ich auf so ne minor lab beide alter aha noob es ist ja auch nicht schlecht der Kampf ist trotzdem innen drin weißt du was ich komme von hier unten da nach innen also die sind alle auf am Meer ist deswegen die Krone der Allentächtigung der Verwerblich aber verwerblich hätte ich jetzt kein Bock wegen so kurz oh man Benji wegen so kurz mehr haben eine halbe Stunde scheiß bei der Alarm der doch eineinhalb Stunden gegen anderthalb Stunden geht da rediert sich dass der Lappen gegen liegt allein war die Klappen gegen der ich will nicht die Lappen gewerlich auch darüber wenn wir sind ich habe gesagt wartet mal bis die Max ich habe mich in die Hälfte der Wackers bei den schießt bereit und hinter dir er oder den schieb in Sanität achten ja ich mache jetzt mal vor Ort das war okay hier mehr kommen dazu war aber bei den schießt hinter dir ja ich brauche ich bin sehr schön in den Schick oder weil es mir egal wie ob wir in der Falle weil wir heute irgendjemand in die Truppe einladen aber ich meine aber eine Art Ball hat er doch zwei Meter Schroppgarten die Fresse kommt wichtig weil heute bin ich auf Rage wurde so befreit wird sind so kacke weißt du wenn du zwölf 1 hat ja ich bin auch positiv bei lieber Puder ich habe eine 13 8 aber warum dreht sich ein verbündeter mit der Schottgarten ins Gesicht und läuft dann weiter es wäre nicht passiert kannst du mich erklären schon wie ich diese Einheit und dann steht noch einer ich die scheiße aber aber was ist denn das gewesen da schießt mir einen in den Rücken das ist ja gar nicht nett feine englische Art es war bestimmt wieder ein eigener so dumm wenn du daraus nur eigene rumrennen daher die eigenen die haben es halt abgesehen auf uns uhr war das schön ja einmal Munition für die Menge behind you there is a light assault in drops ALTER ist der laut der is a light assault in dem Moment war ich tot er wollte mir sagen dass hinter mir einer steht ach so aber warum schreit der so der ist ja ewig lauter wie war der gar nicht so laut aber irgendwo da oben leidete ich mich da drauf bin sie dich was geht worum er rette mich hätte ich halt noch so beschockt aber er ja gut dass ich auch so ja hakuna matata junge hakuna matata doch da halt mich gerade wie ich sind so wie du gibt's keine hakuna matata wer hakuna hat hat mich geheilt also ist alles hakuna matata dann gehen wir mal hier runter machen wir sind der weg so machen wir draußen weg und sterben wieder ordentlich so muss das sein immer schön sterben und wieder heilen oder kommen die märkte auf der rauf dort ist er auch abwesendet mit der wälder der wälder derzeit der hübsche die ganze Zeit du musst mich nicht mehr an einig das ist kein eigener wenn der rot ist und das geht aber hier ist das ein gegner als er was wir schießen hier auch du musst dich decken ich halte ich kann ja ich bin ich denke er hat seinen kreis ich stecke die Tür da unten bleibt immer in Deckung hocken einfach mich heilen er soll jetzt halte ich die weg für die wir sind es war auch verhalte ich hab noch ein Leben also nur ein ich bin tot weil wieder vor Ort hat werde ich ihn gehalten das sind Granaten was soll ich machen haben dass sie hier kommt wenn du schon guckst und der Mann mit der Waffe bist und die Max wenn ich dich heil und nichts tun kann ja warum holt mich jetzt alle die Max haben gewascht gekommen wirklich wenn unsere Max irgendwo hinten ist und kämpft werden sie von zwei Inches repariert wird was macht die Max auch da hinten ja eben stimmt was macht die Max da hinten stopp gut aber die Max jetzt ist meine KD am Arsch jetzt habe ich nur noch eine 7,5er KD und ich liebe 7,5er KD was soll noch eine 7,5er pass auf dass es gleich nicht eine 3,25 wird oder so nein es ist eine 8 naja doch war ja ich nicht da hab mich darum gekümmert dass da die KD wieder verbessert wird ne da war ein Spiel Jungen wo mir der Pistel auf mich geschossen hat als Max sehr effektive Verteidigungsmöglichkeit ich bin ja schon wieder so gut wie tot ja ich bin ja noch nicht da ne ich bin tot ja scheiß Maxl haa ich habe 1 Meter Panzer mit dem Job gejagt das war ein cooler Buch Nummer 2 ah komm Elias also ich bin jetzt wieder im Biolab wir sind schon die ganze Zeit im Biolab so weit wird also ihr seid bei A also weil ich bin bei C ich bin ja die Telefonkarte benutzt ich bin erst mal klar ich bin glaubt in ein paar Prozent der Borghose weil er zu mir wieder der drückte Faktor Platz 30 das ist ja fast okay für den großen Kampf ich bin Platz nun müssen gleich mal wieder gelistet bin nett er hat so viel zu dem Thema ich werde um mich nicht mehr als es ist die Schnauze jetzt ist das Wort es wird werden wie die Wahrheit nur noch scheiße Abbaute verteidigt weil er hat es wäre die Schocker hier sind und es ist ja nicht so als hätte dass wir jetzt hier irgendetwas oder Antitänk Waffe gehabt ich schaue gerne Alter geben die mehr Damage warum hat der mir jetzt eine Freundschaftsanfrage geschickt das geht immer mal und der ist dem Club beigeträftet jetzt bin ich schon wieder tot Scheiße Nein Kill habe ich gemacht nur Embo Robert warum Robert ist nicht Embo voll hier erstes und zweitens heiße ich nicht Robert ich habe gerade der Vollstrecker von VRMD der eingeladen wurden von unseren Leuten gefragt warum gibt es mir keine Embo Robert und ich neben ihm habe ihm Embo hingelegt du bist ja ein richtiges Tier dieser Rohre ah fuck Killer du bist ein richtiges Tier geil das war richtig schön gerade nein das war scheiße ne das war eigentlich gerade ziemlich geil das ist scheiße dass die KT immer schlechter wird umso mehr... jaaaa stimmt da wird die KT schlechter nein ich habe jetzt 2 Kills gemacht einmal gestorben dann bin ich von 5, irgendwas auf 4,5 natürlich weil du nicht 5 Kills in deinem Leben gemacht hast sondern nur 2 ja eben das ist scheiße die KT von 1 ist normal alles was drüber ist ist gut alles was drunter ist ist schlecht das heißt mit der 4,5 also du bist schlecht ich bin gut naja ich würde es 1,5 nicht als schlecht bezeichnen weil sie über 1 fliegt gerade rechterisch gesehen jawoll aber naja da sind wir halt auch nicht so auf die Leute ich stand bei Futur nein Mathe ist nicht zu meinem Ding ja das wäre mal wenn ich mal die Folgen sinken oh 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 das kann jedem passieren also ja nur dass es bisher nur ein Tier passiert ist einmal habe ich mich jetzt vertan und ich habe A Punkt gewasht ihr könnt reinkommen kommt rein woher denn was wollt ihr da? ein A einnehmen du liegst tot oben rum und sagst zu uns ihr seid rein rennen und das sind 5 Gegner einer habe ich weg geholt jetzt muss ich irgendwie erstmal überleben oben war oben war sauber oben war 5 Gegner ich war oben oh jetzt habe ich mich wartet guck das Video an in diesem Fall kommt der Concussion und ich bin wieder tot ja jetzt sind wir mehr geglauben so eine scheiß Concussion Mate ey die hätte er stecken lassen können ist sowieso wo hinten oder was? ja die hätte er sich am Arsch lassen können oh halt mal Handgranate rein fuck schon wieder down wo bin ich jetzt hinten? ja Emmo Emmo für die Welt mehr Emmo für dich ich will endlich diese Waffe auch noch auf Oraxium bekommen und dann hab ich fast brauche ich eine neue Waffe ich kehrt mich hier Elixir oh in 21 Minuten 42 Cert gemacht ist okay ah ich habe 3 und 45 Cert gemacht in 21 Minuten in 21 Minuten nein du wirst 20 wie du also warum sind die alles so laut heute? weil du wahrscheinlich deine Sprachstelle ALTER NEIN oh man ja ein geschenkter Kelle ja ich schenk dir denn grad Kelle du schenk dir denn grad Kelle es ist sch... wir können Bis zum nächsten Mal.